Moin. CCH Digger. CCH Borgi. Egal, aber wir sind Männer, weißt du, wir brauchen das irgendwie. Und deswegen sind wir auch wieder hier, um euch ein paar Skate-Tricks zu zeigen und um unser Yippie-Yippie-Airboard zu promoten. Hier, checkt euch das aus. Hat schon einiges durchgemacht, jetzt war noch mehr durchgemacht. Ihr dürft nicht vergessen, ich war hier schon vor 15 Jahren und habe alle Tricks irgendwie Switch-mäßig durchgezogen. Einfach so, weil mir langweilig war, ja. Und da hat es noch keiner gemacht. Und heute zeige ich euch einen davon. Ich zeige euch nämlich, warum man mich in Skater-Kreis immer Lippe genannt hat. Denn ich mache euch jetzt einen Lipslider auf einem Flatrail. Also, checkt das mal aus. Guck mal mit hier, jetzt geht's los. Da vorne ist auch noch Parkhaus. Lasst auch noch mal Parkhaus gleich. Alter Schwede, ey. Geh! Outro